Mit Giveaways kann man Katholiken anlocken, insbesondere den Abgreifer. Bewaffnet mit einem Beutel schleicht sich dieser Typ Katholik von Stand zu Stand. Der Durchblicker plant bereits ein Jahr im Voraus seine Reise zum Katholikentag. Dieser Typ studiert das Programm, um bloß keine Veranstaltung zu verpassen. Dabei kann es schon mal richtig stressig werden. Beten, beten und nochmal beten. Das ist das Hobby des frommen Katholiken. Am liebsten kniet er auf harten Kirchenbänken, zündelt mit Kerzen oder schmeißt sich ehrfürchtig vor Bischöfe auf den Boden. Immer auf der Suche nach Anschluss ist der Mitläufer. Er macht sich nicht die Mühe, selbst ein Programm zusammenzustellen, sondern heftet sich an die Fersenfremder. Dabei ist es ihm egal, wohin es geht.